Musik Wir sind jetzt auf dem Weg nach Neuss. Ja, dort werden wir unseren ersten Dienstantrittsbescheid-Empfänger antreffen. Er weiß von nichts. Er geht davon aus, dass seine Patentante vorbeikommt. Aber ich glaube, die Patentante kommt nicht. So, wir haben das eben schon angekündigt. Wir werden den Dienstantrittsbescheid heute nicht selber übergeben, sondern wir haben einen besonderen Gast. Innen ist der Herr Reul, der das kann ich. Ja, vorhin ist, dass Sie dabei sind. Guten Tag. Hallo, Herr Reul. Du kennst mich. Ja, natürlich kennst du dich. Ich bin der Innenminister. Natürlich, das weiß ich doch. Ich wollte vorbeikommen, weil wir heute Post vorbeibringen. Das ist jetzt Ihr Antrittsbescheid. Vielen Dank. Es steht drin, dass Sie am 1.9. bei der Polizei noch von der Wahlen anbauen können. Ach, Sie haben erst den Versuch mehrfach untersucht? Ja, das ist nicht der erste Versuch. Ich habe mir sogar die Augen lasern lassen für den Beruf. Glaube ich nicht. Doch. Aber ich wünsche Ihnen alles Gute. Passen Sie gut auf sich auf. Mache ich. Es ist schon ein toller Beruf. Ach, Beruf ist fast falsch. Es ist schon eine Berufung. Also, wer das macht, der weiß genau, was er macht. Und der übernimmt eine riesen Verantwortung. Das stimmt. Aber es ist eine tolle Aufgabe. Ja, super, danke schön. Nächste Tag. Danke. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt noch mal ein paar Meter rüber. Ja. Wiedersehen. Machen wir einen kleinen Spaziergang. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Klar. Ich will mir das Dokument nicht geben. Schönen guten Tag. Sitz hier. Mein Name ist Roll. Ich kenne Sie ja. Also, auf nur eine Bewerbung geschrieben und hat zum Beispiel direkt geklappt. Aber du hast ein Praktikum schon bei der Prüfzeit gemacht. Ja, genau. Bei der VW. Ja, genau. Was mit der noch zu packen? Sie kenne ich auch auf meinem YouTube. Achso, ich habe gedacht, Sie fahren noch zu einem. Drei. Ah ja, drei. Entschuldigung. Einen ist nur noch. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Danke doch mal. Schönen guten Tag. Gucken Sie uns, ob Sie schon was haben. Ich habe Post für Sie. Sie haben Post für mich? Ich habe Ihnen die Dienstantrittsbescheidung bei der Polizei nach dem Zahn überreicht. Super. Ich freue mich. Vielen Dank. Ich freue mich auch jedenfalls auf diese besondere Herausforderung und auf das abwechslungsreiche Studium. Ja, also für mich war es heute etwas sehr Besonderes, dass der Innenminister noch kam. Der war eine große Überraschung für mich. Heute wird noch gefeiert. Ja, ich habe meinen Augen kaum getraut und kann es jetzt erst so richtig realisieren und bin total froh. Pete ist das froh. Tschüss. Der war eine andere Rolle. Alles ist sehr schön. Ich hoffe, ich bin froh.